Hallo, hier ist der GigaXer. Jetzt kommt es dann weiter ein Video über Call of Duty Advanced Warfare. In meinem heutigen Video zeige ich euch mal die Multiplayer-Maps, die wir bisher zu sehen bekommen haben. Wir haben da nämlich auch wirklich sehr schöne Map-Übersichten und Map-Beschreibungen bekommen. Also man erfährt wirklich viel über die Maps und kann auch viel von den Maps sehen. Und deshalb möchte ich euch auf jeden Fall das mal zeigen. Das sind alle Maps, die wir bisher zu sehen bekommen haben. Also es sind insgesamt vier Maps und das sind auch die Maps, die man auf dem Event spielen konnte und die man auch an den Trailern sehen konnte. Also es sind quasi alle Maps, die wir bisher zu sehen bekommen haben. Aber ich denke auf jeden Fall, dass wir noch mehr Maps bekommen werden. Aber wie gesagt, das sind die bisher gezeigten. So, als erste Map haben wir die Map BioLab und das ist quasi so ein Bio-Labor. Ich meine, da werden, glaube ich, versucht Menschen zu klonen oder Menschen zu züchten irgendwie. Auf jeden Fall ist das quasi so ein Bio-Labor und außen ist quasi so Schnee. Diese Map hat auch eine Map-Internen Score-Streak. Und zwar ist das so eine Streak, die dann so giftiges Gas aussetzt und quasi dann da die Gegner in der Nähe killt. Das ist ja auch schon in Ghosts bei dieser einen Labor-Map. Ich weiß nicht, wie die heißt, aber da ist das ja auch auf jeden Fall so. Also quasi die Map-Internen Score-Streak ist, dass wir so Gas freilassen können. Außerdem wurde von den Entwicklern gesagt, dass es quasi eine Map ist, die innen eher so Close-Quarter. Also, dass es innen eher alles so eng ist, dass man da wirklich auf engem Raum kämpft und dass man außen eher auf so Long-Range kämpft. Also, außen ist ja quasi dieses Schneegebiet und da kämpft man quasi eher auf so längere Distanzen. Also, innen ist wahrscheinlich dann eher so eine Sub-Maschinengang gut und außen hängen dann viele Sniper rum oder so. Auf jeden Fall ist das dann quasi eher so ein Unterschied. So, dann kommen wir zur nächsten Map. Das ist die Map Riot und die Map Riot ist quasi ein zerstörtes Gefängnis in Bagdad. Und diese Map, muss ich sagen, ist wirklich ziemlich cool, finde ich. Also, das ist echt, diese Gefängnis-Idee finde ich ziemlich gut. Man sieht dort, dass das Gefängnis so zerstört ist quasi. Also, man kann dann da auch rausgehen, also durch so Löcher rauslaufen und dann sieht man da draußen da quasi den Gefängnishof und so. Also, die Map finde ich wirklich richtig cool. Und in dieser Map gibt es auch wieder eine besondere Score-Streak. Übrigens, diese Score-Streaks erhält man durch diese Vorräte, also wie in Ghosts durch so Vorräte. Und die kann man nicht quasi extra auswählen. Und dieses Score-Streak ist quasi so ein Alarmsystem. Und da werden dann alle Gegner angezeigt, die dann da durchlaufen. Also quasi so ein Bewegungsmelder. Man kann die übrigens, glaube ich, umgehen, wenn man diese extra Bewegung benutzt. Also, wenn man quasi da so durchjumpt und so. Also, so kann man die, glaube ich, umgehen. Also, so wird man von denen nicht detected. Aber sonst zeigen die dem Gegner halt an, wo man gerade ist. Ich bin mir übrigens nicht sicher, aber es kann auch sein, es geht ja immer so das Gerücht um mit dem Orbi. Und irgendwie habe ich da nie wirklich den Orbi als Score-Streak gesehen. Also, es kann sein, dass man den irgendwie in der Drohne modifizieren kann. Aber es kann auch sein, dass das quasi der Orbi ist. Aber dass es den halt nur auf Riot gibt. Also, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau sicher, wie das mit dem Orbi jetzt alles läuft. Weil, ja, auf dieser Map ist es quasi auch so, dass die Gegner dann die ganze Zeit angezeigt werden, solange die durch dieses Alarmsystem laufen. Also, wenn man zumindest die Score-Streak oben hat. So, dann kommen wir zur nächsten Map und das ist Ascent. Und Ascent ist quasi so eine Weltraumaufzugstation. Also, es ist ja quasi jetzt schon geplant, in Zukunft quasi so Weltraumaufzüge zu machen. Dass man quasi als Tourist dann in den Weltraum reisen kann. Und das ist quasi diese Map wahrscheinlich. Und ich habe auch gehört, dass es eine sehr hohe Map ist. Also, zumindest die Entwickler. Also, dass da quasi die vertikale Ebene sehr ausgeprägt ist. Also, dass man quasi viel irgendwie rumklettern kann. Und da auch das ganze Gebäude draufgehen kann und so weiter. Und da gibt es auch wieder eine Map-Internet-Score-Streak. Und zwar ist das so ein Verteidigungsgeschütz. Was man jetzt aber nicht steuern kann, was automatisch ist. Aber was dann halt auch von oben auf die Gegner runterschießt. So, als letzte Map haben wir Defender. Und dieses Spiel in San Francisco. Bei der Golden Gate Bridge. Die sieht man ja auch auf jeden Fall. Und das ist quasi so eine Bunkermap. Also, man kann quasi viel auf den Bunkern rumlaufen. Man kann aber auch oben rumlaufen. Das hat man ja auch schon gesehen. Aber es ist halt so ein zerbombter Bunker quasi. Und da gibt es natürlich auch noch diese Welle. Die dann ab und zu auf die Map runterkommt. Die man, glaube ich, wenn man in dieser Welle drin ist, stirbt man. Aber wenn die Welle quasi schon gekommen ist. Also, wenn das Wasser schon wieder ruhig ist. Dann kann man sogar in dem Wasser schwimmen. Ja, insgesamt muss man auf der Map viel Parcours machen. Ja, auch da über die Welle drüber. Also, über den Steinen da rum. Und man kann auch auf den Bunkern sehr viel rumklettern. Also, das ist auch eher so eine Parcours-Map. So, das waren dann jetzt auch alle Maps, die wir bisher zu sehen bekommen haben. Ja, ich hoffe, dass ich euch da mal einen kleinen Anblick gewähren konnte. Und dass ihr da so ein bisschen was über die Map wisst. Und so ein bisschen genau das Gameplay dazu gesehen habt. Ja, ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Und das war es für heute. Haut rein, Leute. Das war es für heute.